links schon wieder hier also mir gefällt die maps total weil du entdeckst hier immer was neues ja hier waren wir da schon mal ganz verändern mit laura wo ihr hier rumgeballert habt ja stimmt rechts ist weiß nicht ob der gerade kackt oder die stimmt hier war irgendwie die atmen base ne hier klub nie die war weiter weiter vorne da weiterhin die straße in der club ja ach nee die war da vorne weil wir sind ja noch gefahren bis dahin gefahren besen und klebeband warte mal wie sind meine klamotten alles noch intakt weißt du was wir vergessen haben zu gucken in den häusern hier schleifsteine die schwerter wieder fit man egal ich wäre es mal geheilt zu nöt kann ich schießen die normalen zirn wie sie ein schuss was bald keine flüssigkeit bei mir aus dem virus bestimmt corona der bei husten tue ich ja nicht aber nichts sonst stimmt meinst du hast delta variante das weiß ich nicht ich höre schon wieder so ein hast du das video gesehen was ich mal gepostet hatte wo er in der türkischen kabine durchgeht und jeden aufrägt er ist was er dort sagt das hat unser türke mal übersetzt da muss ich übelst lachen mütter wie kann die es wagen weil die verloren haben hier vorsicht wegen beine brechen wo wolltest du jetzt eigentlich hin wird mir gar nicht angezeigt hier ich wollte eigentlich nach hier chrysophia ok dann können wir hier unten lang laufen wo bist du jetzt hier oder können wir da rüber ein bisschen wo bist du jetzt hin herunter gegangen party system wäre hier noch nice aber wenn wir alles das haben wollen was wir haben wollen dann müssen wir halt einen eigenen server richtig hat er dafür äh der flori da der hoodie hat er wieder gefragt äh sag ich hab's ja eh geschrieben auf youtube liest er das gar nicht wenn der zurück kommentiert wird ne ich glaub nicht ne hat er mir auf steam hat er mir geschrieben was ist denn das hier ein leisenberg alte bunker anlage nice was ist denn da oben liegt einfach so in der spot rum und wir gehen mal weiter zum krankenhaus da sind wir dann aber weit weg von der laucher eigentlich so weit auch nicht wir sind jetzt ganz gut im kreis gegangen stimmt das eigentlich muss man ja fast wieder weiter sein in welcher direction ist jetzt raus gelaufen gerade schuss weißt wo du bist da war wieder ein betonbaum mhm da war er wieder der betonbaum links ist noch einer kannst du nicht schießen ich hab keinen schalter drauf willst du einen haben wenn der auf meine akm passt guck mal ob er passt ja hab extra ihn mitgenommen da war ein pistolenschalter einfach ja ne passt nicht du hast doch eine pistole auch jo ritterhalm hat er gehabt ne komm mal hab ich nen mac dafür was denn was nen fx fx mac hab ich glaube hm hab er eins brauchst du muni dafür ein scope bist du ein scope ja geil ne scope hab ich keins ich hab nen atog hab ich noch das passt leider nicht auf die knifze ne muni hab ich muni hab ich ok polizei auto ist schon geil gestaltet ja das ich pro heben ja nicht hinkrieg das ist einfach lächerlich hm ist schlimm ist da benzin noch hinten drin das seht schon warum sich das spiel nachhalt ist weil weil es durch die mods geil ist also es gibt glaube ich kaum ein spiel was so lange nur durch mods durchgehalten hat oder eh so ja gut das ausgeschlossen armad 2 ausgeschlossen wer ist eigentlich ein armad desi warum ja das spiel ist ja eigentlich ne erfindung der mutter oder manchmal ist marie loten das magazin weg geschmissen der die er Ich hab's gerade auf mich geschaut. Nein, mir draußen auf einen. In meinem Schädel vorbeigehuscht, die Kugeln her. Quatsch. Das war ein Angriff auf meine sexuelle Unabhängigkeit. Arbeitshandschuhe, okay, das ist schon mal besser. Wir sind gleich da, hier vorne ist es ja schon. Bist du das? Ja. Mit der Pistole? Ja. Auch bloß einen Schuss, oder? Mhm. Guck mal, ob du im Krankenhaus was findest. Desinfektionsspray. Da können wir uns die Arschritze ausputzen. Ach. Oh, Verbände. Adrenalin, Autoinjektor. Noch einer. Tetra habe ich. Tetra-Tyglicilin. Tetra-Tyglicilin. Ja, passt schon. Muss ich mir gleich mal eine einwerfen. War dann die hingepackt, hier? Die helfen eigentlich immer, oder? Ja. Ja, Antibiotika. Nice. So, bin mal in der Police Station. Wo bist denn du? Police Station. Ach so, wenn du ein Ding findest. Ähm, haben wir hier. IV, Salin, Salinbeck. Genau. Hm. Mal mitnehmen. Weil ich hab das IV Startkit hab ich da. Und da können wir uns eine Dingslösung basteln. Kochsalzlösung. Aus Zwönetz. Ja. Zwönetz der Kochsalzlösung. Aus der Basteln. Genau. Wo ist denn, wie komm ich denn auf Zwönetz? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich vorbeigefahren irgendwie. Ja, irgendwie mal vorbeigefahren. Und gedacht, ey, Zwöni. Medic Bag ist hier. Mad Bag. Leider leer. Leider leer. Leider geil. Das ist auf jeden Fall. Das ist ja irgendwo ein Huhn. Könnte ich Ihnen da platten. Tiefkohle. Tiefkohle. Man weiß ja nie. Mhm. Können wir jetzt einen Köln-Handel aufmachen damit. So, wo habe ich jetzt meine Knüfte denn hier? Ich hau jetzt mal die ganzen Mechs raus. Ich brauche die eh ne. Doch, das brauche ich. Brauche ich nie. Aber wenigstens die Munnen rausnehmen, ne? Mhm. Mit was schießt die AKM? Die schießt mit 7,62x39. Also wenn ich schieße, dann hört man das auf der ganzen Karte. Wurde ich mir eher immer denken, der hier langkommt. Oh, ein Haufen Magazin. Aber keine Muni. SVD-Mech. Hilft das Tetrazytik-Lin? Ich hab's noch nicht. Das ist Antibiotika. Ich sag, ich muss selber. Ja, der Durst nimmt nicht mehr ab. Gut. Aber das Bakterium ist noch da. Ja, nicht mehr lange. Nimm mal noch einer. Lass erst mal die ihre Wirkung entfallen. Nice, Gregor. Achso, das ist übrigens gebongt, oder? Wir spielen dieses Jahr Ashes irgendwas zusammen wieder. Na klar. Oh, Babsi freut sich schon. Wieso? Weil die weiß, dass ich Horror-Spiele hasse. Warum eigentlich? From the Ashes, ne? Ist das dann? Die erschrecken mich auch immer, aber manchmal finde ich's cool. Aber weißt du, diesmal kommen... Die Medium und so, das fand ich geil. Aber wie gesagt, diesmal kommen wir da nicht so einfach durch, denke ich mal. Ich denke, es wird jemand sterben. Aber es schaut auf jeden Fall interessant aus. Gibt's schon einen Trailer? Gibt's schon einen Trailer? Ich hab schon gesehen, ja. Okay, nice. So, was hau ich jetzt hier mal raus? Was brauche ich nicht? Boah, alter, ganz geil, stacken die ACP-Munition. Warum macht denn der das nicht automatisch? So, hoppala. 120 Stacks kannst du mal. Geil. Ich muss jetzt grad mal ein bisschen hier... Hm. Und was sortieren? Kannst du ja eh morgen schlafen, oder? Ja. Ach gut, das ist schon mal... Das war der... Ich weiß, das passt nicht zu mir. Ich hab auch eigentlich kein Mitleid, aber... Was Schlechtes wünsche ich eigentlich auch. Hm. Also Leuten, die ich nicht mag, schon... Aber... Damit wollte ich jetzt nicht sagen, dass ich euch mag. Hm. Biss ja. Hm. Naja. Der Türke hat sich über den Fußballspiel verstaucht. Hm. Kammer auf die Arbeit die Woche. Mit der übelsten Schiene anbinden. Ja, ich weiß nicht, irgendwas... Gezärt auch noch besser. Hm. Und... Da hab ich gesagt, bist du etwa am Krankenstand jetzt, oder was? Der ist ja näher, klar, ich kann ja nicht laufen. Da hab ich gesagt, nee, du... Kannst doch im Sitzen arbeiten, wie immer. Machst du sowieso nicht. Und da war er ein bisschen angepisst, oder was? Muss er durch. Ja. Nützt ja nichts. Doch, nur ein Mac. Ach, alter. Ja. 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 Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020